Installation von LibreOffice unter Windows 10 Dieses Video zeigt, wie das Programm LibreOffice unter Windows 10 installiert werden kann. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter Installation von LibreOffice 64-Bit unter Windows 10 Da schon seit Jahren nur noch Computer mit einem 64-Bit-System verkauft werden, wird hier im Beispiel die Installation von LibreOffice mit 64-Bit beschrieben. Üblicherweise befinden sich die Dateien, die aus dem Internet heruntergeladen wurden, im Ordner Downloads. Wenn Sie also Ihren Ordner gefunden haben, in dem sich die Dateien befinden, kann es mit der Installation losgehen. Wir doppelklicken auf die Datei LibreOffice xxx winx64.msi Den Installationsanweisungen folgen Zunächst öffnet die Dialogbox Datei öffnen, Sicherheitswarnung Dies ist eine übliche Warnmeldung vom Betriebssystem Windows 10 Klicken Sie eventuell zunächst unten auf den Link, welches Risiko besteht, um sich zu informieren, welche Risiken bestehen. Klicken Sie auf den Button Ausführen Es meldet sich der Windows-Installer und der Installationsassistent Klicken Sie auf den Button Weiter Im nächsten Schritt haben Sie nun die Möglichkeit zwischen den Installationsarten typisch und angepasst auszuwählen. Wenn Sie angepasst auswählen können Sie optionale Komponenten, wie zum Beispiel Wörterbücher in die Installation einbeziehen Oder Sie wählen, zusätzliche Sprachen für die Benutzeroberfläche aus Unterhalb der Auswahlmöglichkeiten wird der Pfad für die Programminstallation angegeben Mit dem Button, Ändern, können Sie den Pfad nach Wunsch ändern Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, klicken Sie auf Weiter Als nächstes können Sie die Dateiart für die Microsoft-Dateitypen auswählen, die Sie mit LibreOffice öffnen bearbeiten möchten Nun können Sie noch bestimmen, ob es eine Programmverknüpfung auf den Desktop geben soll Hier können Sie ebenfalls festlegen, ob LibreOffice schon während des Systemstarts geladen werden soll Klicken Sie auf den Button Installieren Die Installation beginnt und der Installationsverlauf wird mittels eines grünen Balkens angezeigt Nun klicken Sie noch auf den Button, Beenden Damit ist LibreOffice installiert Installation von LibreOffice Hellpack 64 wird unter Windows 10 Nun doppelklicken wir auf die Datei LibreOffice XXX WinX 64 Hellpack der MSI Den Installationsanweisungen folgen Zunächst öffnet wieder die Dialogbox Datei öffnen, Sicherheitswarnung Dies ist, wie zuvor schon erwähnt, eine übliche Warnmeldung vom Betriebssystem Windows 10 Klicken Sie eventuell zunächst unten auf den Link, welches Risiko besteht, um sich zu informieren, welche Risiken bestehen Klicken Sie auf den Button Ausführen Es meldet sich der Windows Installer und der Installationsassistent Klicken Sie auf den Button Weiter Sie sehen als nächstes den Pfad für die Hardpack Installation Mit dem Button, Ändern, können Sie den Pfad nach Wunsch ändern Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, klicken Sie auf Weiter Klicken Sie nun auf den Button, Installieren Die Installation beginnt und der Installationsverlauf wird mittels eines grünen Balkens angezeigt Nun klicken Sie noch auf den Button, Beenden Damit ist das Help Pack für LibreOffice installiert Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter